Die allererste Begegnung ist mir neulich erst wieder eingefallen. Die war bei einem Film mit Helmut Nitschke als Regisseur. Und der hieß Unsere Straße, unsere Liebe damals und da war Roland Kameramann. Und der Film ist nie bis zu Ende gedreht worden und schon gar nicht rausgekommen und so, aber das war praktisch die erste Begegnung mit Roland. Da weiß ich noch, dass ich unter unsäglichen Umständen in irgendeinem Dorf untergebracht war und dann abgeholt wurde morgens um viertel drei oder so, weil wir Morgendämmerung, irgendeinen Sonnenaufgang brauchten und so. Und das war sehr brenzlig, dass man den Moment erwischte und so. Also ich bin dann dahin, weiß ich noch, und dann haben sie gesagt, ja, du musst jetzt weinen. Aber es muss jetzt schnell gehen, die Sonne ist jetzt gerade so schön und so. Und dann bin ich raus und dann kam ein Aufnahmeleiter, die hat gesagt, ja, Fräulein Wachowierk weint, wir können. Und dann habe ich da irgendwas geweint. Keine Ahnung mehr, mehr weiß ich davon nicht. Das war die allererste Begegnung. Dann haben wir uns viele aus den Augen gefallen. Also es war auch keine, also ich war ja viel zu, das war ja, das war ja eine von den ersten Erlebnissen überhaupt mit drehen und so. Und dann, da weiß man ja noch gar nicht, wie man die vielen, vielen Menschen alle zuordnen soll, die da immer so rundherum stehen. Und dass der da hinter der Kamera eigentlich einer der wichtigsten ist, das wusste ich damals auch noch nicht und so. Ja, ne richtig, also so sind später, dann war da ein Bankett für Achilles unser erster Film, als er dann schon Regisseur war. Ja. 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 Ja.